Also, eigentlich wollten wir was ganz anderes machen, aber ihr wisst, aus verschiedensten Gründen ist unser Van gerade in einer Werkstatt und da fahren wir jetzt hin. Ich habe gerade so komisch geguckt, weil hier steht Medium, aber probier mal. Ja, ich habe da Leitungswasser reingefüllt. Uns haben unter unserem letzten Video richtig viele schöne Kommentare und auch so private Nachrichten erreicht. Das hat uns viel Rückendeckung gegeben. Dafür erstmal ein großes Dankeschön an alle. Können euch aber wahrscheinlich erst im nächsten Video sagen, wie die ganze Sache ausgeht. Denn wir werden aktuell von Woche zu Woche vertröstet und das Auto hätte gestern schon repariert sein sollen oder zumindest wieder instand gesetzt werden sollen in seinem alten Zustand. Und jetzt haben wir angerufen und da hieß es, ach, die Woche überhaupt nicht, frühestens nächste Woche. Und das wollen wir so auf uns nicht sitzen lassen und zudem brauchen wir auch ein paar Sachen aus unserem Van, der fast seit zwei Wochen da steht. Genau. Und deswegen fahren wir da jetzt mal hin. Aber wir fahren auch noch mal nach Weinheim und dann zeigen wir euch, wo Melli und ich gearbeitet haben, wo wir uns kennengelernt haben und wo wir danach in Mannheim gelebt haben. Mal das Ganze nochmal Revue passieren lassen und auch um zu gucken, ob wir uns überhaupt ein Leben in Deutschland noch vorstellen können. Ehrlich gesagt, nach diesem Werkstattvorfall hat das ein bisschen die Lust reduziert auf ein Leben in Deutschland. Aber gut, das ist natürlich nicht nur das Ausschlaggebende. Aber irgendwie waren wir schon so oft im Ausland in der Werkstatt und wir haben uns nie, nie so abgezockt gefühlt wie hier. Und die meisten wissen das gar nicht. Wir haben jetzt schon das zweite Mal wollen wir abgezockt mit dem Van. Wir haben vor drei oder vier Jahren ganz am Anfang mal unsere Reifen wechseln lassen und dann hat er gesagt, die Bremsen wären nicht gut. Dann hat er die Bremsen gewechselt. Dann sind wir ein paar Kilometer später liegen geblieben. Mir ist auch richtig schlecht, weil ich weiß, dass wir da gleich hinfahren. Aber vorher wollen wir uns trotzdem einen kleinen Espresso noch holen. Das machen wir in Weinheim am Marktplatz. Da hat Melli nämlich ihren Friseursalon mal für mehrere Jahre gehabt. Ich habe direkt nebenan gearbeitet. Das zeigen wir euch gleich. Und dann, ja. Da haben wir uns auch übrigens kennengelernt. Ja, genau. Und dann gehen wir mit guter Energie dahin, weil wir wollen uns eins nicht nehmen lassen. Und zwar ist das die Lust am Leben und die gute Laune. Es ist gutes Wetter. Wir sind gesund. Genau. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so ein mulmiges, ungutes, bes***tes Gefühl. Ja, also der Marktplatz in Weinheim ist eine richtig schöne Ecke. Falls ihr das noch nicht kennt, ja, schaut euch das unbedingt mal an. Oh, und hier sind wir auch schon bei Mellis alten Friseursalon. Guckt euch das mal, das ist richtig schön. Ja, es war richtig schön bei Fabio. Und schaut mal, da hinten habe ich gearbeitet. Da vorne. Direkt im Café Florian. Und Melli hat dann hier vorne immer gesessen. In der Mittagspause. Und hat sich dann immer gedacht, was ist denn das für ein Typ da drüben? Ja, stimmt. Irgendwann kam Melli zum Mittagessen mal rüber. Dann habe ich ihr die Karten gebracht und seitdem haben wir Kontakt gehabt. Zwei Jahre hat es gedauert. Zwei Jahre war ich hier zum Haareschleiden. War damals auch noch in einer anderen Beziehung. Und dann, wie sich dann das Fenster geöffnet hat, sind wir beide durchgesprungen. Ab ins Glück hinein. Ja, der Sommer ist da und Bruna hat eine richtig schöne neue Kollektion rausgebracht. Und die wurde inspiriert von der wunderschönen Côte d'Azur. Ein bisschen so ein französischer Look. Kann man bestimmt auch richtig toll mit so Kleidchen, Sommerkleidchen, mit Blümchen in so einem französischen Look. Super kombinieren. Ja, die Schmuckstücke von Bruna haben eine sehr gute Qualität und eine Langlebigkeit. Und das alles zu fairen Preisen. Die Schmuckstücke werden per Handarbeit in kleinen Manufakturen in Thailand und in Italien hergestellt. Ja, wir finden Bruna auf jeden Fall richtig cool. Haben auch schon aus der letzten Kollektion was und aus der Sommerkollektion jetzt auch. Und falls ihr dafür euch interessiert, dann schaut euch gerne mal in der Videobeschreibung nach. Da findet ihr einen Link zu Bruna und alle weiteren Infos. Jetzt machen wir uns aber mal auf den Weg zur Werkstatt. Boah, ist das heiß. Unser Tingtong. Boah, wir müssen mal die Blumen gießen. Guck mal. Oh, die sind alle weg. Oh, guck mal, da sind sogar bei Tomaten ausgekommen. Ja, geil. Verrückt. Okay, Rosmarin lebt noch. Salbei ist tot. Wir müssen da mal gießen. Boah, hier ist alles tot. Wir müssen alles neu machen. Ja. Aber es ist schön, jetzt mal bei Tingtong zu sein. Jetzt hören wir mal ein paar Sachen zusammen. Und dann gucken wir mal. Ich mach mal hinten auf. Ähm, lass mal ein bisschen durch. Hast du den Schlüssel? Wir waren gerade eben in der Werkstatt drinne und waren super freundlich natürlich. Ja, ich hab da jetzt auch keinen Bock, irgendwie Theater zu machen. Wir wollen ja kein Theater hier machen. Und ja, das Auto wäre. Es ist wahrscheinlich, dass es Anfang nächster Woche fertig ist. Und, ähm, ja, dann schauen wir mal. Guck mal, wie schön das hier ist. Wir vermissen das so. Ja, und dann müssen wir mal schauen, wie wir dann weitermachen. Also, das können wir auch erst dann erzählen, wenn wir das Auto wieder haben. Also, es fährt ja noch. Also, es ist ja vorher auch hier gefahren. Wir sind ja von Lissabon bis, ähm, bis hierher gefahren, äh, mit diesem kleinen Manko. Also, ich muss mal wirklich sagen, das Auto lief zu 90 Prozent tipptopp. Also, sonst hätten wir uns dann niemals auf so eine lange Fahrt gemacht. Das ging ja halt einfach nur darum, dass das nicht noch schlechter wird. Okay, wir parken zusammen und dann geht's nach Mannheim. Wir müssen da meine Sonnenbrille abholen. Und dann zeigen wir euch da mal die zwei Cafés, in denen wir gearbeitet haben. Oder vielleicht auch nur eins. Mal gucken, ob wir an beiden vorbeikommen und auch, wo wir gewohnt haben. Ich habe nicht gegossen, ne? Nee, da habe ich es vergessen zu gießen. Aber wir kommen gerade richtig. Oh, guck mal. Na, hoffentlich. Richtig gemacht? Wie unangenehm, ey. Weil wir sind freundlich und wenn das halt bis nächste Woche nicht fertig ist, bis Mittwoch, dann müssen wir halt rechtlich vorgehen. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Also, es wäre Anfang der kommenden Woche fertig. Wir haben von Montag oder Dienstag gesprochen. Aber er weiß es nicht. Er muss halt auf die Firma warten, die dem das zuschickt. Wobei ich nicht auch weiß, ob die sogar noch da bei dieser Fremdfirma liegt oder ob das schon hier ist. Aber das können wir leider nicht nachprüfen, weil wir haben das schon angerufen. Und die dürfen uns keine Auskunft geben, weil wir nicht die Auftraggeber sind. Anrufen und nachfragen? Ich meine, wie viele Einspritzpunkte... Hätte er schon gemacht. Er hätte schon nachgefragt. Ja. Dann müssen wir halt überlegen, was wir machen werden. Ob wir das Auto abschleppen lassen. Ja, darum geht es dann im nächsten Video. Jetzt fahren wir erst mal los. Tschüss. Tschüss. Wir fahren gleich durch unsere ehemalige Straße, wo wir gewohnt haben. Und jetzt fahren wir hier nochmal so durch die Gassen, wo wir sonst auch immer unterwegs waren. Und ja, richtig schön. Es war echt eine coole Zeit hier in Mannheim. Aber ja, eigentlich alle meine Freunde, die hier in Mannheim gewohnt haben, sind alle nach Berlin gezogen. Also die Dani lebt da jetzt auch schon zwei Jahre in Berlin. Genau. Und noch andere Freundinnen auch. Und deswegen kann ich mir jetzt auch gar nicht mehr vorstellen, hier zu wohnen. Und du? Und es war schon eine coole Zeit. Wir beide haben hier gearbeitet. Da konnte man zu Fuß hinlaufen. Aber ja, nochmal zurück müsste ich jetzt auch nicht mehr. Wir fahren jetzt nochmal durch die Straße. Bin mal gespannt, wie es da jetzt aussieht. Zu unserer Zeit, als wir hier waren, ihr müsst wissen, wir haben in Mannheim, Neckarstadt-West gewohnt. Es gibt, glaube ich, auf YouTube oder in der ZDF-Mediathek eine Dokumentation über die Neckarstadt-West. Zwei Quadratkilometer Stress heißt die, glaube ich. Da könnt ihr mal nachgucken, falls euch das interessiert. Bei uns war auf jeden Fall immer sehr viel Sperrmüll. Also Sperrmüll bis zur ersten Etage hoch und der ganze Gehweg war blockiert. Es war sehr viel Müll auf den Straßen, viele Obdachlose. Aber auf der anderen Seite halt auch viele junge Leute und coole Cafés. Also es war schon eine coole Mischung. Nach unserer Weltreise war das genau das, was wir gebraucht haben. Ja, da haben wir echt eine Weltreise durch Mannheim gemacht. Oh, da vorne ist Baba. Baba, jawohl. Da haben wir uns immer, abends immer keinen Bock hatten zu kochen, immer unsere Palafel-Pita geholt. Oh, die war echt immer sehr lecker. Aber wenn man da eine Minute drin stand, dann hat man für den ganzen Tag gerauchen wie so ein Dönerspieß. Das ist die Mittelstraße. Das ist die Neckarstadt-Ost, Neckarstadt-Ost ist aber, wo halt alles ein bisschen teurer ist und weniger Ausländer leben. Und Neckarstadt-West geben mehr... Guck mal, der Kiosk heißt jetzt Kiosk West. Der hieß früher Secret. Äh, ja, mehr Ausländer. Genau, und jetzt fahren wir hier gleich. Ah, wer sogar einen Parkplatz braucht. Guck mal, das Fahrrad ist immer noch da. Immer noch das Fahrrad. Das ist schon über zwei Jahre steht das da, seit wir eingezogen sind. Genau, wie haben wir gewohnt. Na gut. Und jetzt fahren wir mal an Davids ehemaligen Café vorbei. Und hier unten hätte unser Café reingesollt. Ja, hier hatten wir schon so ein bisschen was besprochen, auch mit dem Vermieter. Aber dann kam Koronski und dann haben wir uns dagegen entschieden. Hier in diesem blauen Haus hat David gearbeitet. So, da bin ich mit neuer Sonnenbrille, oder? Findet ihr nicht auch? Die passt so cool zu den Ohrringen. So dieses hier mit dieser Brillenkette, oder? Richtig stylisch aus. Und ja, ich hatte zwar auch noch eine, aber die war schon ein bisschen älter. Und bei mir hat sich ein bisschen die Sehstärke verändert. Und ja, vielleicht sehe ich ja mit der neuen Sonnenbrille dann auch besser. Und dann wähle ich nicht mehr so Werkstätten aus. Ist nämlich auf meinem Mist gewachsen, dass wir da hingefahren sind. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo Melli gearbeitet hat. Das ist nämlich hier auch in Mannheim gewesen, in der Neckarstadt-Ost. Und hier habe ich auch schon mal mit der Dani, meiner besten Freundin, ich weiß nicht, wer auf Instagram mir folgt, oder uns folgt, nicht mir. Da habe ich mir gezeigt, dass die Dani da ist und ich war ja in Berlin bei ihr. Da haben wir auch zusammen gewohnt, direkt hier vorne gleich. Hallo, Moussi-lein. Hallo, mein Schatz. Hast du schon gesehen, dass wir kommen? Ja, ist gut, mein kleiner Schatz. So, angekommen. Oh, ist das schön kühl hier drinne. Und wir haben Moussi so ein Kaffeeholz gekauft. Und ja, bis eben hat sie drinnen rumgekaut. Guck mal, Moussi, das scheint ihr zu gefallen. Ja, weil sie klaut nämlich hier öfter bei meinen Eltern das Kaminholz und das ist dann so weich. Und damit macht sie ziemlich viel Dreck. Aber mit dem Kaffeeholz scheint das gut zu funktionieren. Ja, aber den findet sie toll, ne? Ja. Den mag sie. Moussi! Was? Hast du Moussas, hast du Omas Socke geklaut? Hä? Du? Nein. Hier ist keine Socke. Hier ist keine Socke, Oma. Nein? Nein, weiß? Nee. Okay, also wir haben jetzt noch ein bisschen gearbeitet, sind zu Hause angekommen und sind jetzt auf den Geburtstag eingeladen von die Frau von meinem besten Freund. Hatte vor zweit an Geburtstag und jetzt wird gefeiert. Also, ja, sehen wir uns dann im nächsten Video. Ich glaube, ich muss das Video heute Abend noch zusammenschneiden. So ist das halt als YouTuber. Manchmal kommt halt alles viel auf einmal zusammen. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Schaut mal bei Bruna im Shop vorbei. Da gibt es richtig schöne Sachen, auch für Männer. Und ja, was magst du da hinten noch sagen? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Du hast alles gesagt. Tschö. 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 Tschö.